So, hallo, wir machen weiter. Bei Kirby, letztes Mal hatten wir ein sehr aufregendes Service-Erlebnis und jetzt gehen wir ins dritte Level von der Welt 2. Klettertour auf dem Zementgipfel. Auf geht's. Wieder ein normales Level. Puh. Okay, hat auch nicht viel mit Wasser zu tun, offenbar. Sehr schön. Aha. Bäm. Okay, hier ist auch nichts weiter. Gut, dann ab nach oben. Aha. Wie viel Poster? Drei, okay. Drei Poster entfernen. Kriegen wir hin. So. Okay, da ist eine Bombe. Die das einfach aufmacht hier, okay. Oh, was ist das denn? Krimskrams, Igel, Blaupause. Ah, okay, man findet Blaupause. Okay, jetzt habe ich das verstanden. Man findet mehr Blaupause und kann damit dann, okay, die findet man allzuerst, alles klar. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal hingucken und schauen, hat er jetzt was Neues für mich, sondern er hatte einfach zwei, hatte er für mich schon und die anderen muss ich in Leveln finden. Okay. Sehr gut. Cool. Dann können wir nach dem Part hier ja entsprechend mal dort vorbeischauen. Oh, hier kann ich mich verwandeln. Ja, moin. Ja, ist halt so ein Viech dahinter. Okay. Nois. So. Das war Nummer eins. Hui. Sonst ist hier nichts weiter. Auf geht's nach oben. Den hätte ich schon gerne wieder. So. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Okay, Abflug. Da wollte ich nicht hin. Die Eisfähigkeit mache ich schon sehr. Was wird das hier für eine Fähigkeit gleich? Wind. Okay, Wind hat man noch nicht. Aua. Aua. Aber mir scheint fast, ich glaube, die Fähigkeit ist nicht die beste für ihn. Ich glaube, wir machen das normal. Jawohl. Das tut schon viel mehr weh. Na, wie wär's mal wieder mit Sternen. Vielen Dank. Doppelstern. Nice. Tschau. So, Windfähigkeit für mich. Okay. Da kann ich mich drehen. Oh, okay, alles klar. Kann ich auch mehr oder mich nur drehen? Okay. Joho. Ist okay. Schwierig zu steuern, muss ich sagen. Also, wenn wir mal irgendwann ein Dings haben, wo die Windfähigkeit vorkommt, wird das... Boah, da wird das spannend. Also, so ne, so ne, so ne Missionsgeschichte. Boah, das wird nicht meine Favoritenfähigkeit. Aha. Mit Zeit? Ja, natürlich mit Zeit. Easy. Gut. Joho, wo ziehe ich denn durch? Hatte ich jetzt nicht vor, darüber zu ziehen, aber ist in Ordnung. Da ist das nächste. Ich wollte schon sagen, wann kommt das nächste Poster? Da ist es. Sehr schön. Hier geht's auch noch lang. Aha, Sequels. Ah, hier braucht man die Windfähigkeit sogar. Oh. Okay. Okay, also wenn die... Okay, also wenn die Mission dann aus sowas besteht, wird das allerdings cool. Weil dafür ist die Windfähigkeit natürlich optimal. Vermeide Kontakt mit den Stacheln war auch eine Mission. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hm. Na komm. Wenn wir schon hier Schwert bekommen, nehme ich's wieder mit. Haben wir dann eigentlich alle Missionen? Ne, eine fehlt noch. Eine geheime Mission fehlt noch. Oh. Okay, ich kann zu dem Bogen werden. Ich kann damit fliegen, oder was? Okay, was ist das denn jetzt? Safe-Call. Die Mission ist alle Ringe zu bekommen. Oh, Bruder. Oder die Mission ist, fliegen ohne Schaden zu nehmen. Dann hätte ich es jetzt versaut. Dann hätte ich es jetzt leider versaut. Muss ich das nochmal durch? Nein, das ist kein Ring mehr. Okay. Das bedeutet aber, wenn ich es versaue, kann ich neu starten. Wo ist denn der Ring? Ich sehe keine Ringe mehr. Ich sehe keine Ringe mehr. Oh, nein. Muss man die Ringe am Stück machen? Oder kommen einfach keine mehr? Habe ich also... Nein, wahrscheinlich habe ich es nicht geschafft. Ich habe es bestimmt nicht geschafft. Da ist jedenfalls das nächste Poster. Bringt mich der zurück an den Anfang? Ja. Okay, alles klar. Wir müssen die Ringe schaffen. Alles klar. Ah, zurückgesetzt. Aber wir müssen safe, call alle Ringe durchfliegen. Safe, call. Let's go. Nein, gib mir das wieder. Okay. 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 Jetzt kommt wieder der kritische Moment. Aber hier sind trotzdem keine Ringe mehr. Hey, hier kommen halt trotzdem keine Ringe mehr. Okay, ja dann hoffe ich mal, dass ich es jetzt geschafft habe. Weiß ich nicht. Wir werden sehen, ne? Aber uns fehlt jetzt ja auch ein Waddle Dee. Kommt hier noch ein Waddle Dee oder was? Also der Haupt-Waddle Dee kommt hier halt, aber... Hä? Dann muss doch irgendwo bei dem Flugabschnitt noch ein Waddle Dee versteckt sein, oder bin ich jetzt blöd? Ja, dann habe ich... Ich muss was verpasst haben. Es geht gar nicht anders. Nochmal. Ich muss was verpasst haben. Mir fehlt ein Waddle Dee. Und hier ist der ja nicht... Also... Oder ist der hier noch irgendwo? Aber... Der letzte Waddle Dee war da in dem Windkanal. Und der andere war da. Also genau hier waren die. Da kann nicht schon der vierte auch schon kommen. Der muss in dem Abschnitt sein. Ha! Ich bin gespannt, ob ich irgendwas sehe. Okay, jetzt lass mir mal was gucken. Wenn man den Ring verpasst, kommt... Okay, die tauchen trotzdem auf, die Ringe. Was ist jetzt, wenn ich hier lang fliege? Ist hier irgendwas anders? Ist hier irgendwas versteckt? Vielleicht sind es am Ende auch die Ringe, die einen in die Irre führen. Weil man da irgendwas verpasst dann, oder so. Also, weil gerade hier kann man ja auch da... Ah, jetzt sehe ich's. Da ist der Waddle Dee. Okay, alles klar. Ja, und dann ist aber auch klar... Dann ist da... Dann sind da die restlichen Ringe. Und dann gibt's auch sicherlich die Mission Fliege durch alle Ringe. Das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch mal. Und diesmal fliegen wir durch alle Ringe. Das kann gar nicht anders sein. Das muss es geben. Diese Mission muss es geben. Sonst wäre ich echt enttäuscht. So, let's go. Nein, hoch, 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 hoch. Nein, runter! Ach, scheiße! Krieg ich den noch? Kann ich den jetzt noch holen? Ja, okay. Okay. Okay, also das geht dann doch auch. Oh, mein Gott. Ich hoffe nur, die Mission ist nicht... Bleibt nirgends hängen oder so. Sondern nur das mit den Ringen. Weil das mit den Ringen kriegen wir hin. Und das andere kriegen wir eigentlich auch... Ich bin so blöd. Und das andere kriegen wir ja eigentlich auch hin. Nur gerade nicht. Ja, Leute, man kann einfach drüber fliegen. Okay. Auch witzig. So, jetzt aber. Die restlichen Ringe sind hier drüben. Wirklich. So, so und so. Jetzt bin ich gespannt, ob das eine Zusatzmission gegeben hat. Aber wahrscheinlich muss man, wenn dann am Stück, durch alle durchfliegen, ohne hängen zu bleiben und so weiter. Ja, dann, wenn es jetzt kommen sollte, dann haben wir halt Pech gehabt. Dann muss ich es halt nochmal spielen, das Level. Ich habe jetzt alles getan, um das zu verhindern. Aber die Mission zeigt es halt auch noch nicht an. Also, ich fürchte fast, es ist durch Flieger alle Ringe, ohne getroffen zu werden. Ah, dann müssen wir halt nochmal durch. Oh. Oh. Oh, okay. Das ist was, womit ich gar nicht gerechnet habe. Okay, das werde ich niemals probiert. Das heißt, ich muss so lange... Ja, genau die Fähigkeit, die ich abgegeben habe, die muss ich so lange nutzen, bis die eingefroren ist. Okay. Das macht den Kampf etwas schwieriger. Ja, dann, los geht's. Dann werden wir das wohl mal angehen, wa? Oh, noch so ein Ding, okay. Und noch so ein Ding, okay. Ja, dann werden wir das wohl mal angehen müssen. Oh je. Na, klettern halt hoch. Huiiii. So. Also, wir sollen sie mit der Ice Power einfrieren. Na dann. Wie lange muss ich die am Stück angreifen? Und wenn die sich dreht, ich meine, dann kannst du ja nicht mal angreifen, ne? Oder geht es, wenn ich da so reinrutsche in sie? Geht es auch? Oh mein Gott. Ja, das macht ja auch Schaden, aber... Jaaaaa. Wirklich gefroren wird sie nicht, ne? Jetzt. Oh mein Gott, okay. Das hat gedauert. Gut. Kann man jetzt eigentlich den Abschnitt verlassen, nachdem man die Mission abgeschlossen hat? Danke, Nintendo. Nee, du musst alles nochmal spielen, weil wir können es nicht so machen, obwohl du es jetzt schon geschafft hast. Danke, Nintendo. Warum wundert mich das nicht? Ich hatte Hoffnung in euch, aber... Wie gesagt, warum wundert es einen eigentlich nicht? Das ist das eigentlich Traurige. Es wundert einen halt einfach wirklich nicht, dass sie es nicht möglich machen. Obwohl es keinen Sinn gibt, dass man jetzt alles nochmal spielen muss. Nein. Aber dann weiß ich es immerhin jetzt für die Zukunft auch schon mal. Ich muss immer das komplette Level spielen, selbst wenn die Mission ganz am Anfang fehlt. Gut. Na ja, kriegen wir nochmal schön Münzen. Brauchen wir auch gleich, weil wir gleich unsere Eagle-Fähigkeit upgraden, die wir noch kaum nutzen. So. Aber schade, dass die Ringe keine Mission sind. Hat mich echt gewundert. Das wäre doch prädestiniert für eine Mission. Mein Gott, ich fliege da jedes Mal gegen. Es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch echt nicht wahr sein. Wie blöd kann man denn sein? So. Schön Münzen nochmal mitgenommen. Immerhin nicht umsonst das Level durchgespielt. Ich meine, die Mission war cool. Keine Frage. Aber gerade bei dieser Flugmission. Dann hätte man doch die Poster weglassen können und die Flugmission reinnehmen können. Weiß ich nicht. Naja. So. Meckern auf hohem Niveau. Ich weiß. Gut. Lasst uns noch eine Mission machen. Also eine kleine, so eine Straße. So eine Schatzstraße. Davon sind jetzt ja einige hier außenrum. Kann ich mich nochmal ein bisschen aufregen. So. Die haben wir geschafft. Die haben wir noch nicht geschafft. Was haben wir hier? Normal. Ah ja. Das war normal. Genau. Jetzt bin ich gespannt, was mehr. Okay. Nur 30 Sekunden. Also nicht viel Zeit. Ich bin ganz gespannt, was jetzt kommt. Wild und unverwundbar. Ah. Okay. Muss einfach nur die Schalter drücken. Ja. Und jetzt kommt die Unverwundbarkeit. Go. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Nein. Ich schaff's nicht ganz. Ah. So knapp. So knapp. Okay. Aber gut. Dann weiß man, was wir zu tun haben. Nächstes Mal schaffen wir's. Kein Problem. Es war eine lustige Mission. So. Nochmal. 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 Rein da. Den wollte ich eigentlich jetzt nicht angreifen, aber es ist okay. Sehr schön. Ja, easy. Oh oh. Nein, ich schaff's nicht. Nein, ich schaff's nicht. Ah. Okay. Ich darf nicht rumhampeln. Okay. Ich muss straight zu allen Schaltern. So. 40 Sekunden. Das muss doch jetzt reichen. Jetzt haben wir's. Heieieieieieieiei Aber knapp Aber richtig knapp nochmal Uff Puh Okay So, sehr schön Geht sogar noch ne Straße Komm, da geht noch eine Wat weg ist, ist weg Schwertschatz Oh, darauf habe ich gewartet. Let's go. Schwinge die Klinge. Wer hat denn den Titel geschrieben? Ah, es ist einfach so ein Boss-Wash-Dingens oder so ein Arenenkampf-Dingens. Ich meine, es passt zum Schwert. Ja, es passt halt wirklich zum Schwert. Ja, okay. Möglichst schnell alles besiegen. Scheiße. Das war schlecht. Ah, eine Arena kommt noch. Und wir haben aber nur noch eine Minute. Okay, kommt aber auch nur noch ein... Okay, kommt nur noch der dann. Schneller. Aber ich glaube, aus der Position schaffe ich es nicht mehr. Nee, bin ich zu langsam. Ja, ja, ist kacke. Ja, zehn Sekunden. Ah, dann kommt direkt das Ziel. Okay, also... Wenn man den hat, kommt relativ schnell das Ziel. Der Trick... Die Schwierigkeit wird sein, den schnell zu besiegen. Und die Zeit bei den ersten nicht zu verlieren. Okay. Die Minute wird schwierig. Die Minute wird schwierig, würde ich sagen. Schauen wir mal. Ob wir es in dem Part noch hinkriegen. Wenn ich es bis 40 nicht geschafft habe, lasse ich es. Also für den Part. Also für den Part. 25 Sekunden und wir kommen zu dem Typen. Schaffe ich den in 20 Sekunden. Okay. Äh, ich bin noch hinter dir. Du Pflaume. Oh, nein. Oh, so knapp. Okay. Okay, schafft man. Schafft man. Hätte ich schneller gecheckt, dass ich hinter ihm bin, hätte ich es eher geschafft. Naja, ist okay. Kriegen wir hin bis 40. Kriegen wir hin bis 40. Ich bin guter Dinge. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Sehr gut. Das war schlecht. Ah, fuck. Ah. Können knapp werden. Oh, wir können knapp werden. Oh, wir können sehr knapp werden. Wieso habe ich jetzt eben keinen Schaden mehr letztens gemacht? Ah, ist doch scheiße. Ah, es war kacke. Aber jetzt weiß ich es ja. Mann, wieso habe ich den nicht mitgenommen. So. So. Ab dafür. drauf drauf. Oh. Oh. Du bist weg. Oh. Ja. Und das war auch eigentlich 처음inend. wird. Puh. Gut. Barscht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.